Es wird mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit heute die letzte Aufnahme-Session von Pressure sein, denn ich habe mich mal ein bisschen informiert, wie viele Level es insgesamt gibt und da kam ich auf die Zahl 33 und das würde bedeuten, jetzt gibt es noch drei Endgegner. Und mit den ersten wollen wir beginnen. Wir haben also unser Geld perfekt investiert vor dem Finale. Die besten Waffen erworben. Und nun stehen wir hier in einer Seitenkammer. Und fahren, wow, auf die Piste. Was müssen wir denn machen? Das Rätseln geht los. Hier abbiegen oder wie? Ne, jetzt muss ich hier hinten. Was bedeuten denn die Pfeile? Okay, Rätselraten ist erlaubt und erwünscht. Ah, ich glaube hier sind Weichen und die muss ich umstellen, oder? Der muss garantiert hier reinfahren. So, ich kann mich jetzt auf diese ganzen kleinen Monster gar nicht konzentrieren. Das heißt, wir suchen uns diese eine Weiche hier vorne aus. Genau. Wo ist denn der eine Typ? So, das habe ich auch aktiviert. Wo ist denn der dieser? Wir geben mal Vollgas, vielleicht können wir ihn dann überrunden. Oh, gleich kein Pressure mehr. Wir müssen ein bisschen was einsammeln. Na? Wo ist der große Bösewicht? Ach, der hat das wieder umgestellt. Hä? So, jetzt ist Pressure weg. Und ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt richtig war. Okay. Okay. Das hat es ja jetzt nicht wirklich gebracht. Aber ich glaube, die Grundidee ist gar nicht verkehrt. Wir sollen den Typen hier runter befördern. Bleib mal stehen. Hier. Ah ja, aber der stellt das ja immer um. Hä? Wie soll ich denn das machen? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Wir bleiben hier ein bisschen vor ihm. Ja, geil. Wenn er das umstellt, dann kann ich das ja gar nicht ändern, oder was? Soll ich den denn abschießen? Jetzt kommen da irgendwelche Felsbrocken runter. Ah, so hier. Genau. Also wir müssen ihn abschießen. Dann verdeckt er die Augen. Und kann die Weichen hier nicht umstellen. Komm, wieder rauf da. Komm, 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 komm. Alle schießen. Was wir haben. Shit. Feuer, Feuer, Feuer. Gleich haben wir ihn, oder? Komm schon. Okay, sehr schön, sehr schön. Ja. Okay, haben wir. Weiter geht's. Er repariert sich wieder. Iiii. Iiii. Schneller. Meine Hüte jetzt. Nein! Boah. Schwein gehabt. Jetzt rast uns hier davon. Wo ist er denn? Wir kommen, wir kommen. Kirscher geht natürlich ziemlich schnell zur Neige. Jetzt müssen wir ihn abknallen. Abknallen, abknallen, abknallen. Auch wenn wir viel Schaden nehmen. Das ist egal. Ja. Nein. Oh. Ausfahrt verpasst. Ausfahrt verpasst. Reparieren. Oh. Jetzt hat er sich geheilt. Sehr schön. Ja. Haben wir's. Er scheint erledigt. Klasse. Cool. Im zweiten Anlauf hat's geklappt. Achso, das war nur noch ein Endgegner. Macht ja auch Sinn. Wir hatten ja zwischenzeitlich schon zwei Endbosse vernichtet. Vollkommen richtig. Hab ich jetzt gar nicht dran gedacht. Also, das war's von Treasure. Meine Güte, ein richtig lustiges, spaßiges Game. Mir hat's unglaublich viel Freude bereitet. Ich hoffe, ihr hattet auch jede Menge Spaß beim Zuschauen. Jetzt ist die Folge natürlich extrem kurz geworden. Aber gut, dann genießen wir jetzt einfach nochmal den Abspann. Och, der ist richtig deprimiert. Also, den kleinen Köter hier auf dem Schiff, den würde ich sogar adoptieren. Ne, neben unseren Hund, der auf der Couch immer sitzt. Der eine war doch ganz lustig. Ich verabschiede mich auf jeden Fall an dieser Stelle. Wünsche euch noch richtig viel Spaß mit meinen anderen Videos. Wenn ihr irgendwelche Spielvorschläge habt, schreibt's mir natürlich einfach. Ich seh mir das an und dann sag ich Tschüss. Bis bald, euer Tom Philipp Senka. Bis bald, euer Tom Philipp. Bis bald, euer Tom Philipp. Bis bald, euer Tom Philipp. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018